Yo, hier ist Basti von der Steckkasten Crew. Ein neuer Mock kommt dazu und ich drop ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück im Vintage und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten Crew. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn ihr zuguckt. Ich merke das nämlich. Heute mal nicht mit Vintage-Lego, also altem Lego, sondern heute mit Retro-Lego. Und zwar diesem 9-11er. So. Retro-Lego, ihr wisst es ja, ist ja neues Lego mit retrospektiven Motiven. Retrospektive Motive. Ist eigentlich ein cooles Wort, lustiges Wort. Und tatsächlich ist es so, dass dieser 9-11er sehr, sehr neu ist. Er ist jetzt erst seit ein oder zwei Tagen hier auf meinem Schreibtisch. Und das Coole an diesem 9-11er ist, um gleich mal auch diesen Bogen zu der sehr catchy Titel-Headline von diesem Video zu bringen. Also nur 12,50 Euro für ein Lego Porsche bedeutet, du kaufst dir für 12,50 Euro diese coole Anleitung, wenn du dieses Modell schon hast, den Vintage-Pickup, der vor gar nicht so langer Zeit auf den Markt gekommen ist, also noch relativ frisch ist, kaufst dir einfach die Anleitung und aus den Teilen kannst du diesen Porsche bauen. Was übrig bleibt, ist in dieser Tüte. Das heißt, da sind auch tatsächlich ein paar Sachen dabei, die übrig bleiben. Ich schiebe die gleich mal hier an die Seite. Ich lege es mal hier runter. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen was übrig. Und ich finde das halt deswegen so dermaßen cool und deswegen musste ich dieses Video jetzt reinschieben. Es war nämlich ursprünglich was anderes geplant. Ich finde das deswegen so mega cool, weil ich bin ein riesengroßer Porsche-Fan. Das ist Nummer eins. Also gerade von alten Porsche. Porsche-Han sagt man eigentlich. Von alten Porsche. Von alten 911ern. Und gleichzeitig finde ich es immer total genial, wenn Leute wie Nathanael, das ist übrigens der Mocker, der kommt aus den Niederlanden, der hat dieses schöne Fahrzeug designt mit diesen Teilen. Finde ich total genial, wenn die sich B-Modelle einfallen lassen, weil das gibt es ja bei Lego so offiziell gar nicht mehr. Und streng genommen ist das ja eigentlich ein Creator-Modell, auch wenn es nicht mehr draufsteht. Und dann fände ich es halt schön, wenn man daraus auch was anderes bauen kann. So, das sind so diese ganzen Sachen. Also ich finde alte Porsche cool. Ich finde es cool, wenn sich Mocker die Zeit nehmen und auch ihren kreativen Grips, ihren kreativen Saft in Wallungen bringen, B-Modelle entwickeln. Das finde ich cool. Deswegen sollten die auch unterstützt werden. Wir haben übrigens die Anleitung selber gekauft für 12,50 Euro. Und ja, ich muss euch das heute einfach mal alles so zeigen. Und eine Sache finde ich auch noch sehr, sehr cool. Und da schlägt sich so ein bisschen der Bogen zu einem anderen weinroten 911er, den ich nämlich vor ein paar Jahren mal auf Rebrickable gesehen habe. Es gibt einen Preisvorteil, wenn man B-Modelle aus bereits zu Hause vorhandenen A-Modellen baut. Man muss nämlich relativ wenig Geld ausgeben, nämlich nur 12,50 Euro. Jetzt kommt der Bogen. Ich habe vor drei, vier Jahren, vielleicht sind es auch schon fünf Jahre, habe ich einen weinroten Porsche auf Rebrickable gefunden. Ich kann, wenn ich ein Bild finde, das euch nochmal einblenden. Den fand ich total genial. Der ist tatsächlich auch so ein Ur-911er wie der hier. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich ordne das noch ein bisschen historisch ein dann. Und habe den auf Rebrickable gefunden, habe mir die Anleitung gekauft, habe die Teilenliste bei Bricklink reingeworfen und habe dann große Augen bekommen. Weil da stand nämlich plötzlich irgendwie 250 Euro. Vielleicht ging es auch gegen 300 Euro. Und ich habe zu Andi gesagt, Alter, nee, das ist mir einfach zu viel. Und dann hatte ich die Anleitung und habe mir nie diesen weinroten Porsche gekauft. Deswegen hat das bei mir zu Klick gemacht, als ich vor gar nicht allzu langer Zeit, das vor ein paar Tagen, das hier gefunden habe auf Rebrickable und habe die Anleitung gekauft und habe den zusammengebaut. Und wie gesagt, eigentlich war jetzt ein anderes Video geplant. Ich musste das jetzt reinschieben. So, wie fangen wir am besten an? Ich gebe euch erstmal eine kurze historische Einordnung. Und dazu brauche ich Hilfe. Ich schiebe diesen schönen 911er mal zur Seite und hole mal noch einen anderen 911er rein, den ihr auch sehr gut kennt. Das ist nämlich der hier. Das ist der 911 Turbo. Der auch vor gar nicht allzu langer Zeit, naja, ungefähr vor einem Jahr. Oder im März 2021, glaube ich. Ja, also nicht ganz ein Jahr. Ungefähr ein Jahr kam der auf den Markt. Und den fand ich auch schon total genial und der hilft mir jetzt ein bisschen bei einer historischen Einordnung. Denn das hier, dieses schöne weinrote Modell ist tatsächlich der Ur-911er. So. Und das ist dann sozusagen sein Nachfolger. Und die sind beide in einem ähnlichen Größenverhältnis. Und die sehen total genial aus, wenn die in der Vitrine zusammenstehen. Ich habe die jetzt hier schon seit ein paar Tagen, ich bin ganz aufgeregt, hier auf dem Schreibtisch stehen. Und ich finde das total cool, wie die auch zusammenpassen, auch von der Größe her. Ja, bei dem ist es jetzt so, ich habe ja gesagt Ur-911er, also die, die es unter euch wissen, die können einfach ein bisschen skippen. Für die anderen nochmal eine ganz kurze Geschichtsstunde. Es gab ja den berühmten Porsche 356, das ist der Ur-Porsche. Und der wurde abgelöst von einem Auto mit dem ursprünglichen Namen 901, der Porsche 901. Der wurde nämlich 1963, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im September. 1963 auf der IAA in Frankfurt am Main vorgestellt. Und das war dieses Modell in groben Zügen. So, zum Beispiel zu erkennen an diesen schönen kleinen Rückleuchten. Das Modell gucken wir uns dann nachher nochmal genauer an. Also jetzt, so ein ganz kleiner Verweis. Und dieser Porsche durfte den Namen 901 nicht tragen, weil nämlich Peugeot dreistellige Typenbezeichnung mit einer Null in der Mitte geschützt hatte. Und so hat Porsche gesagt, dann nennen wir den nicht 901, sondern wir nennen den 911. Deswegen der 911er oder viele sagen auch der 11er. Und der kam dann ein Jahr später, nämlich 1964 auf den Markt. Und das ist dieses Modell. Das heißt, alle Leute, die diesen Porsche cool finden, müssen sich eigentlich diesen Porsche auch hinstellen. Weil das so, die passen größentechnisch gut zusammen. Das ist sozusagen der Vorgänger von dem. Der kam übrigens dann, das ist ja ein Turbo, also 911 Turbo, turbo aufgeladener Sechszylinder-Boxer im Heck. Der kam dann 10 Jahre später, nämlich 1974 auf den Markt. Und die passen so gut zusammen. Ich finde auch dieses Weinrot und das Weiß, das passt super zusammen. Der wirkt so ein bisschen älter. Ja, Guck hat auch nur einen Seitenspiegel und so weiter. Der wirkt schon ein bisschen sportlicher. Der wirkt fast für die Mitte der 70er Jahre fast schon ein bisschen zu modern. Also man könnte auch sagen, könnte auch ein 80er Modell sein. Und ja, und deswegen müssen wir jetzt mal kurz quatschen. Ich würde tatsächlich den mal noch ein ganz kleines Stück zur Seite schieben. Weil wir müssen uns den Freund mal genau angucken. Beziehungsweise, bevor wir uns diesen Freund angucken, noch ein paar Worte zur Anleitung. Die Anleitung gibt es ja digital. Wie ihr es von uns gewohnt seid, wir verlinken das auch unten einfach in der Beschreibung. Da könnt ihr euch mal die Rebrickable-Seite von Nathanael angucken. Der hat auch eine Website. Da bin ich auch mal so ein bisschen durchgesurft. Mir ist aufgefallen, der hat eine ganze Menge Anleitungen auf seiner Rebrickable-Seite. Und da dachte ich mir, ah ok, ich gucke mir mal seine Website an. Ist mitunter auch ganz spannend. Und er ist tatsächlich studierter Designer und hat auch sogar schon für Lego gearbeitet. Der hat auf seiner Website da so eine ganz kleine Reihe von Lego-Technik-Modellen aufgelistet. Das sind vierstellige Lego-Technik-Set-Nummern mit einer 8-1 vorne, wenn ich mich nicht richtig irre. Und er hat also schon für Lego gearbeitet. Das ist ziemlich cool und das merkt man definitiv auch an der Anleitung. Also die Anleitung ist ein bisschen so ähnlich wie die. Die hat nämlich auch so Highlights. Ich glaube hier sind helle Highlights drin oder es ist ein hellblau oder so. Bei der Anleitung sind so orangefarbene Highlights. Immer um die neuen Steine, die dazukommen. Das hat mich am Anfang so farblich ein bisschen verwirrt. Das kann aber auch sein, dass das auf jedem Display ein bisschen anders dargestellt wird. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich bin dann aber ganz gut reingekommen. Es baut sich sehr, sehr spannend. Also es ist eine Anleitung, wo nicht ein Bauschritt ein Teil ist, sondern das macht auch Spaß. Da werden auch mal mehr Sachen verbaut. Ein kleiner Kritikpunkt ist noch, aber da kann vielleicht Nathanael auch nicht unbedingt was dafür. Man kann manchmal diese schwarzen Steine von diesen ganz, ganz dunkelbraunen sehr schwer unterscheiden. Da hatte ich so ein bisschen Probleme immer mal. Da habe ich hier und da dann auch nochmal genau hingucken und habe gesehen, okay, da muss eine andere Farbe rein. Das ist aber grundsätzlich kein Problem. Also da kommt man auch irgendwie rein, zumal es nicht so extrem viele dunkelbraune Teile hier gibt. Der Einbau der Frontscheibe war ein bisschen frickelig, hatte ich das Gefühl. Das hat dann aber auch alles geklappt. Also da nimmt man sich mal 30 Sekunden mehr und dann passt das auch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ganz am Ende wird von dieser Haube hier, die Kante gesetzt. Und hier unten ist eigentlich laut Anleitung eine 1x8 Platte in weinrot zu verbauen. Die hatte ich irgendwie nicht mehr. Also ich hatte komischerweise noch 1x8 Platten in dunkelgrau. Es kann auch sein, dass ich irgendwo am Fahrzeug einfach eine weinrote 1x8 Platte gesetzt habe, obwohl da eigentlich eine graue rein müsste. Kann auch sein. Es sind aber Teile da, wo man das auch so ein bisschen improvisieren kann. Ich habe jetzt hier eine 1x6 Platte in die Mitte gesetzt von dieser Kante und rechts und links so eine 1x1 Platte. Das ist also überhaupt kein Problem. So, das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal den coolen Porsche an. Ja, den Ur-911er. Ich zeige euch den mal ganz kurz von der Seite. Dann drehe ich euch mal. Übrigens, das ist ganz cool, hatte ich ja vorhin schon kurz erzählt. Dieser Spiegel. Nur an einer Seite und dann auch noch so schön oldschoolig. War ja früher bei den älteren Autos auch so. Und dann drehen wir das mal. Übrigens, hier fällt schon auf, auch im Kameralicht. Hier ist ein braunes Teil drin. Das ist dieser Scharnierstein bzw. die Scharnierplatte. Ich zeige euch die mal. Da kann Nathanael natürlich nichts dafür. Es gab da nichts anderes in dem Set. Das kann man natürlich auch austauschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, und jetzt gehen wir mal zu diesem schönen Heck. Also, das ist wirklich, das ist ein Traum. Ja, also diese kleinen Rückleuchten und so weiter. Und auch diese verkürzte Stoßstange da. Doppelauspuffrohr. Das ist wirklich richtig cool gemacht. So, und jetzt nochmal wieder vorne. Und was natürlich super für so einen Porsche ist, das war bei dem weißen auch schon so. Ich zeige euch mal das Heck. Das ist dieser Kotflügelstein hier hinten. Und den gibt es ja hier in Weinrot. Und das ist natürlich ideal, um diese schöne Formensprache, diese schöne fließende Form des 9-11-ers darzustellen. So, und jetzt gucken wir mal, was man noch, was man bewegen kann. Also, man kann auf alle Fälle lenken. So, die Lenkung ist auch, ach so, unten habe ich euch noch nicht gezeigt. Hat er auch ziemlich gut gemacht. Und ganz oben. Das Dach ist übrigens ziemlich lustig konstruiert. Das wird nämlich dann hier in so ein paar Liftarme reingesteckt. Oben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Erst dachte ich mir, das sieht ja fast aus wie so ein Überrollkäfig. Und das ist doch erstaunlich stabil. Also ich würde das Auto jetzt nicht am Dach anheben, aber es ist so sehr stabil. Es ist insgesamt sehr stabil gebaut. Also man merkt, dass Nathanael auf alle Fälle sein Handwerk versteht. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Lenkung. Das Lenkrad dreht sich mit. Das Lenkrad ist ziemlich groß, aber das war halt beim Pickup ziemlich groß. Also im Vergleich zum 9-11-Turbo, da ist das Lenkrad halt relativ klein. So, und dann gucken wir mal hier vorne. Hier hat man diese Haube, die hatte ich ja kurz schon mal offen. Die kann man aufmachen. Hört ihr das? Das fand ich total genial, dieses Geräusch. Ich gehe mal auch mit meinem schönen Mikrofon mal ein bisschen näher ran. Ich hatte wirklich das Gefühl, das hört sich fast an wie bei einem alten Auto. Also, ne? Total genial. So, kann man sehr weit nach hinten klappen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man bei einem richtigen 9-11-Turbo das auch so weit nach hinten klappen kann. Es gibt alte Autos, wo man so weit nach hinten klappen kann. Ist ja jetzt hier nicht die Motorhaube. Ist ja die Fronthaube. Und dann drin, ja, sieht es relativ normal aus. Also man kann jetzt hier auch durchgucken. Aber das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass Nathanael eben nur die Teile von dem Pickup hatte. Und wie gesagt, riesen Respekt. Also, der Designer von dem 9-11, der hatte ja Schubladen und Steine ohne Ende. Und der Nathanael, der Designer, der Mocker von diesem Modell, hatte ja nur die Steine von diesem Modell, von diesem Vintage-Pickup. Das finde ich immer total faszinierend, wie das funktioniert. Ich hatte ja auch mal ganz kleiner Verweis. Hier von mir das B-Modell geholt. Das war der Lamborghini Countach. Auch sehr, sehr cool habe ich gebaut. Verlinke ich euch mal das Video. Ist auch total rattenscharf. Also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinziehen. So, dann haben wir hier natürlich an der Seite Türen. Spannenderweise ist die Tür nur an dieser einen kleinen Scharnierplatte festgemacht. Es ist schon stabil, also wackelt auch ein bisschen, ist klar. Aber das ist schon gut gebaut. Und da kann man hier mal reingucken. So, und dann sieht man das große Lenkrad, wie es sich dann auch dreht. Es dreht sich relativ gut. Es ist eine richtig knackige Übersetzung, weil die Räder drehen sich ja jetzt nicht so viel. Und das rotiert da im Prinzip wie so ein Hamsterrad von so einem Nagetier, was auf Ecstasy ist. Die Türen gehen relativ weit auf. Das ist aber auch bei dem hier so. Das ist ja auch bei dem so. Das ist also im Prinzip the same procedure as every year, James. So, dann kann man hier die Rückenlehnen so ein bisschen klappen. Aber das ist wirklich nur ganz geringfügig. Und auch bei der Tür finde ich es ganz cool. Die geht dann so rein. Ich mache das mal auf der Seite, dann hört man das vielleicht über mein Halsmikrofon ein bisschen besser. Das ist cool. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Da geht die Tür auch auf. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Hier hat mich irgendwie ganz am Ende, als ich fertig war mit dem Modell, ein bisschen gewundert, dass da noch Pins zu sehen sind. Ich habe dann mal zurückgeblättert in der digitalen Anleitung. Ich finde da aber nichts, was ich vergessen haben könnte. Also, das ist halt so, wie es ist. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Könnte man vielleicht auch ein bisschen anders machen. Aber ganz ehrlich, wie oft guckt man da rein? Was ich auch sehr, sehr cool gelöst finde, ist diese Heckscheibe, die gar keine Heckscheibe ist. Beim Vintage Pickup gibt es ja auch so eine Heckscheibe. Die ist aber zu klein. Und da hat Nathanael einfach hier was konstruiert. Das ist auch wirklich alles total stabil. Also das ist wirklich cool. Mit dieser Umrandung von diesem Fenster ist es total cool. Dann hier hinten die Lüftungsschlitze und dann dieses wunderschöne Heck. Ich liebe dieses Heck. Auch diese Rückleuchten, wie er die gebaut hat, das ist wirklich richtig cool. Und man kann natürlich auch die Motorhaube öffnen. Und dann guckt man rein in diesen wunderschönen kleinen Sechszylinder-Boxermotor, der in den 60er Jahren eine ganz schöne Waffe war. Ja, und für mich, wie gesagt, ich wiederhole mich, ist das eine total geniale Ergänzung zu dem 911 Turbo. Also wenn ihr die beiden jetzt hier so seht. Übrigens, die Frontleuchten sind verschieden groß. Ich habe tendenziell das Gefühl, dass die kleineren ein bisschen besser zum Porsche-Look passen als die großen. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ist auch cool. Ich habe aber auch eine Menge Leute schon gesehen, die das ein bisschen umgebaut haben. Aber ich finde, dass die kleinen tendenziell ein bisschen besser dazu passen. Ja, und an sich, total geniale Modelle, richtige Größe. Man kann den auch super easy zu den anderen Creator-Modellen stellen. Also da geht nichts ab. Das ist wirklich erste Sahne, dieses Ding. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Außenaufnahmen machen. Vielleicht schreibe ich auch einen Blog-Beitrag dazu. Mal gucken. Vielleicht auch mit den beiden zusammen. Da kann man ja so eine Art cooles, kleines Porsche-Treffen inszenieren. Und ihr, also die ein oder anderen wissen das ja. Ich mache ja auch gerne Außenaufnahmen. Gerade so auf irgendwelchen Straßen mit Häusern als Kulisse. Dann wirken diese Kisten gleich noch viel cooler. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe, ich habe euch einen coolen Tipp gegeben. Wie gesagt, für 12,50 Euro. Absolute Kaufempfehlung. Es soll dazu gesagt sein, wir machen zwar auch immer eine ganze Menge Werbung, aber daran verdienen wir nichts mit. Und ich grüße natürlich an der Stelle Nathanael auch nochmal. Ich schicke ihm das Video definitiv auch. Viele Grüße in die Niederlande. Er ist übrigens, habe ich auf seiner Website gelesen, heute als nicht mehr bei Lego beschäftigt. Er ist jetzt Designberater und lehrt Studierenden und so weiter. Wie man gutes Design macht. Und das ist gutes Design. Also in diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Weitere Infos, Kritik und alles Mögliche gerne unten rein. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Sachen einfach noch ein bisschen kompletiert werden. Der ein oder andere hat vielleicht noch eine Idee dazu. Schreibt es gerne unten rein. Vielleicht habt ihr dieses Modell auch selber schon gebaut. Ich hoffe natürlich nicht. Denn ich hoffe natürlich, dass wir euch immer die brandheißen News geben, was Retro-B-Modelle angeht. Und dann wünsche ich euch eine coole Zeit. Und zieht euch unbedingt ein cooles Vintage-Lego-Set an Land. Oder baut vielleicht mal ein cooles Retro-Lego-Set, liebe Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch eine coole Zeit. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bis dahin. Bye, bye.